Hallo Leute, willkommen bei All4Shooters und heute geht es um drei neue Pistolen aus dem Hause STP, also Sport Target Pistol bei Promisberger und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die neueste Pistolengeneration von STP hört auf den Namen New Generation und wurde von der Firma Target Design und STP komplett neu durchdesignt. Alle Pistolen bauen auf der 2011er Plattform auf, das heißt wir haben ein doppelreihiges Griffstück mit Stahlunterbau und Aluminiumgriff. Hier ganz gut zu erkennen die wabenförmige Struktur, die einen sehr guten Grip vermittelt. Die klassische 2011 mit 5 Zoll beziehungsweise 127 Millimeter Lauflänge hört auf den Namen Lisa, auch wenn man das vielleicht erst auf den zweiten Blick lesen kann und dürfte die wohl am universellsten nutzbare Pistole und Sestrigus sein. Trotz des großen Jetfunnels passt sie noch in die Box der IPSC Standardklasse und ist neben der 9mm Luger auch in 40 S&W oder 45 Auto erhältlich. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir im oberen Bereich des Verschlusses zwei Ausnehmungen zur Gewichtsreduktion. Zudem gibt es eine neu designte Flügelsicherung, mit der auch kürzere Daumen gut klarkommen dürften. Wer mehr Lauflänge und Visierlinie für reinrassige Präzisionsdisziplin möchte, greift am besten zur Rosa, die baugleich mit der Lisa ist, nur entsprechend länger. Das heißt wir haben jetzt hier einen 6 Zoll 152 Millimeter langen Lauf, in unserem Fall in 45 Auto, gibt es aber auch in 9 Millimeter Luger. Ja, wie auch bei der Mode kommt so manches in der Waffenwelt wieder. Das heißt in diesem Fall das Du-Ton-Finish, das es früher schon mal öfters gab. Ich persönlich finde es eine schöne optisch ansprechende Geschichte, wenn man ein Stahlgriffstück bzw. ein silbernes Griffstück und einen schwarzen Verschluss hat, ist natürlich Geschmackssache. Dann kommen wir auch schon zur Elsa. Wie man unschwer erkennen kann, ist das eine Pistole für die IPSC Open Division oder Steel Challenge oder andere hochdynamische Disziplinen. Hier vorne haben wir einen Dreikammerkompensator, einen Slide Tracker zum Durchladen und ein Simo RTS 2 Leuchtpunkt Visier. Unsere Variante kommt jetzt in 9 Millimeter Luger, gibt es natürlich dann auch in 38 Super Auto. Was man schön gelöst hat bei der Elsa ist die Daumenauflage, die sehr ergonomisch ist und die lässt sich in der Position verstellen. Das heißt, ich kann das meiner Handgröße anpassen. Schön gemacht. Ich werde jetzt mal alle drei Pistolen in die Ramsenrest einspannen und mal gucken, was ich den neuen Waffen an Präzision entlocken kann. Da mir heute gerade ein Stand für dynamische Disziplinen fehlt, werde ich eine Präzisionsrunde einlegen. Dazu werde ich mich der rosa, also der 6 Zoll Variante bedienen, sowie der Geckohexagon. Das ist ein 185-Granes-Match-Geschoss, das sehr soft geladen ist. Das ist also für alle Leute interessant, die eine weiche 45 Autolaborierung suchen. Und damit werde ich jetzt mal 20 Schuss auf 25 Meter machen und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe ja schon mal ab und zu das Spektiv geguckt, deswegen ist es für mich vielleicht nicht mehr so spannend wie für euch. Aber trotzdem will ich noch mal den einen oder anderen Ring mir anschauen. Aber das sieht natürlich sehr gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fünf bis sechs Neuner, der Rest zehn. Der eine oder andere Neuner geht vielleicht noch hoch. Müssten wir dann mit dem Schusslaufprüfer mal gucken. Das ist bei der 45er natürlich ein Vorteil. Aber ich bin echt zufrieden. Also super. Klasse. Mein kurzes Fazit zur New Generation von STP. Ansprechendes Design, wie ich finde, mit einigen Detailverbesserungen in bewährt guter STP-Qualität. Wenn ihr mehr zur Waffe lesen wollt, dann schaut doch mal in die Kaliberausgabe 10 2021. Da haben wir dann noch mehr Infos drin. Unter anderem alle Schussleistungstabellen und auch Gasdruckmessungen in 9mm Luger mit Major Factor, die jetzt gerade bei der DEFA sind und auf die ich gespannt warte. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao